In Europa ist sie die Beste. Martina Wolf aus Gandakesee hat den Europameistertitel im Swingolf nach Isarloy geholt. In Niederdürnbach in der Eifel holte sie sich zusammen mit ihrem Spielpartner aus Österreich, Franz Brandstetter, den Pokal. Und dabei ist sie auf die Golfvariante, die in Frankreich ihren Ursprung hat, nur durch Zufall gestoßen. Wir waren auf dem Weg nach Wildes Haus auf einer Fahrradtour und sind hier am Platz vorbeigekommen und fand das einfach mal interessant und haben eine Runde gespielt. Und das ist gerade einmal drei Jahre her. Aber der Europameisterin scheint das Spiel mit dem Gummiball einfach im Blut zu liegen. Natürlich gehört aber auch ein gewisser Ehrgeiz dazu. Wir trainieren hier jeden Dienstag, immer ab momentan 17 Uhr und ansonsten mehrfach die Woche, so wie die Zeit das eben zulässt. So vorher so zwei- bis dreimal die Woche, wenn es irgendwie geht, sind wir schon hier. Und das harte Training hat sich nun ausgezahlt. Aber schon vor der EM glaubte Michael Gams, Pressesprecher des Swingolfvereins in Iserloy, an die 38-jährige Titelträgerin. Sie ist eine sehr fleißige Spielerin oder Überin auch und hat sich dadurch sehr verbessert in den letzten Jahren. Und die Schlagzahlen sind auch konstant immer besser geworden und man konnte auch schon merken, jetzt muss irgendwo auch mal ein Titel her. Und der kam dann auch. Stolz betrachtet die Swingolferin das Handy-Video vom alles entscheidenden Putt beim Stechen um den Sieg. Nach dem 18. Loch lagen die beiden besten Teams gleich auf. Vier weitere Löcher mussten gespielt werden, bis es dann endlich zu der Entscheidung kam. Die anderen hatten halt eben einen Schlag mehr benötigt als mein Partner und ich. Und ja, wir haben halt den Sieg-Putt gemacht und ja, dann brach der Jubel los. Damit hatten Franz Brandstädter und Martina Wolf gar nicht gerechnet. Das war unwirklich. Also es war total spannend, es war total aufregend und ja, man hat es erst mal gar nicht geglaubt. Ob sie es nun glaubt oder nicht, der Pokal kann es bezeugen. Die beste Swingolferin aus Europa kommt aus Gandakesee und spielt bei uns in Iserloy.